Herzlich Willkommen, heute stelle ich dir unseren Klassiker vor, die Pentonia, 1, 2, 3, 4, 5 Röhren von Penta. Hier eine besondere Stimmung. Unsere Instrumente sind pentatonisch aufgebaut, das heißt es gibt keine falschen Töne. Unsere Planeten, Pentonia, die ihr hier seht, hat jetzt einen etwas modifizierten Rahmen bekommen. Die bewährte Stimmung nach Rudolf Steiner mit den Planetentönen. Die Planetentöne, die der Herr Steiner damals in Verbindung gebracht hat, sind Merkur, Jupiter, Saturn, Sonne und der Mond. Diese Pentonia ist sehr gut einsetzbar bei Klangreisen, für Yoga, für alle möglichen Entspannungen, auch zum Spiel für sich selbst. Die Stimmung ist warm und weich und diese Stimmung ist auf 432 Hertz, Grundstimmung. Wenn du Interesse hast, melde dich bei uns, mach einen Termin in der Manufaktur und spüre das selbst mal hinein. Ob das vielleicht eine Ergänzung für deine Instrumente oder ein Instrument für dich ist. Wir freuen uns auf dich.